Ich bin der Geist der letzten Spielzeit. Sollen wir das wirklich? Psst, er kommt. So, und jetzt spreche ich dem Marco Reus erstmal was Täftiges auf seiner Mailbox. Wo ist denn mein Handy? Wer seid ihr denn? Ich bin der Geist der letzten Spielzeit. Oh nein, Fangal, was machst du denn hier? Ich hab dich doch extra ausgeladen. Ich bin der Geist der jetzigen Spielzeit. Und ich bin der Geist der zukünftigen Spielzeit. Er sagt nix, nein, ich weiß, was ihr wollt. Ja, es stimmt, für dieses scheiß Image, da bin doch nur ich verantwortlich. Ich bin eigentlich ganz lieber. Ich tue doch nix. Ich schenke dem BVB Geld. Den Schalkern gebe ich den Robben. Der nervt mich sowieso nur. Ich schlafe auch in Werder Bremen und Bettwäsche, aber bitte, bitte, bitte tu mir nix. Nein, wir wollen dir auch nichts tun. Ja, Gott sei Dank. Und, Mario, alles drauf? Ja, si, si. Stellen wir das jetzt auf YouTube? Na, bist du verrückt? Die nächsten Vertragsverhandlungen kommen bestimmt. Du verstehst? Ja, echt super. Und jetzt? Na ja, jetzt filmen wir, wie sich der Matthäus und der Ribéry um die 16-jährige Bedienung prügeln. Kommt, das wird der Gaudi.